Stellen wir schon Zahnräder her? Ah ja, klar. Für die Bänder. Wir stellen noch nicht her. Wir stellen alles her, was wir haben. Wir müssen warten. Verdammt. Verdammt. In der Zeit kann ich ja mal überdenken, wie ich das mit dem Bus regeln will jetzt. Machen wir jetzt immer einen Zweierbus. Ich brauche doch mega viel Platz dann. Ich brauche dir der Dreier schon zu viel Platz. Ei, 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 ei. Ich meine, von der Idee her war es ja nicht schlecht. Aber ich glaube, es lässt sich gar nicht umsetzen. Das läuft schon mal. Ei, 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 ei. Es hätte sich umlau... Es hätte sich umsetzen lassen. Hätte ich nicht total falsch gebaut schon. Ja, wie mache ich das jetzt? Ich baue jetzt einfach weiter und... Wir sehen es dann, oder? Ich weiß nicht. Zweierbus ist halt einfach... nicht profitabel. Das Auslöschen ist... Das haben sie schlecht gemacht bis jetzt. Also, gibt es eine andere Taste? Click, Building, Mecha, Move, Action, Shift. Nee, jetzt muss ich alle händisch wegklicken. Echt jetzt? Ach doch, so geht's. Bisschen frickelig. Aber es geht. Ah, ja, 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 ja. Gut, ich kann da also die, ähm... Ich kann die Gebäude gar nicht, äh... Zwischen dem Bus setzen. Ich, ich muss... Verdammt. Ein Dreierbus wird gehen, oder? Nee. Wie weit geht das? So weit geht das. Okay. Heißt, ich kann sowieso nur zwei überspringen. Hm. Ja. Meine Freunde. Diese Entscheidung, die, die betrifft halt jetzt das ganze Let's Play. Ich muss jetzt immer so... Zwei frei. Und dann wieder zwei. Ach. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, brauche ich gar nicht. Nee, bin ich blöd. Ja, zwei ist okay. Aber das hier brauche ich gar nicht. Weil, nämlich... Leute. Leute, Leute, Leute. Man kann ja nach oben bauen. Ach, bin ich blöd. Ja, gut. Hätte mal auch einer sagen können, ne? Komm, geh weg hier. Komm. Ah, das ist echt hakelig. Man kann ja... Wir sind ja in der dritten Dimension hier. Hier so. Komm. Mach halt. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Man kann ja nach oben bauen. Irgendwie ist das sehr hakelig, ne? Gerade. Ich will nach oben. Nach oben. Nicht so weit. So weit, genau. So weit will ich. Hier will ich wieder nach unten. Bitte. Nach unten. Warum geht das nicht? Hakelig. 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 Ne, der Mächer steht nur da und guckt blöd. Horizontal. So vielleicht. Was ist das Problem? Objekt. Ja, komm, ich will das jetzt schön haben. So, nämlich. Ja, genau. Ha, 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 ha. Ja, effizient. Gut. Gut. Stellt sich da immer noch die Frage, machen wir das jetzt mit dem... Ah, Mann, 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 Mann. Machen wir das, oder machen wir das nicht? Ich jetzt sage, ich will hier hin. Jetzt ist das sehr umständlich zu bauen, ne? Wenn ich sage, ich will hier hin. Dann sagt das Spiel okay. Machen wir. Ich sage dann, ich klicke auf die falsche Taste. Ich sage dann ja, ich will jetzt hier wieder runter. Dann sagt das Spiel nein. Dann sagt das Spiel Engine Level 11. Erforscht. Sagt das Spiel, mach erst mal so. Das ist ja blöd. Nein, nein, nein. Oh je, oh je. Oh je. Ja, Leute. Das hat ja jetzt keinen Sinn, euch mit dem zu langweilen. Ich werde da einen Weg finden, das Problem zu lösen. Und wir sehen es dann. So, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt mein Muster gefunden. Ich werde jetzt immer zwei Bänder machen. Dann vier Plätze frei. Und dann wieder zwei Bänder. Das ist ein Autosave. Ja, und das ist ja so gut wie möglich um den ganzen Planeten. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil immer wieder so Störfaktoren wie das hier auftauchen werden. Tja. Ich würde sagen, vielleicht stampfen wir die Idee einfach ein. Mit dem Rund um den Planeten. Ist vielleicht doch ein zu großes Ziel gewesen. Ich würde sagen, wir bauen einfach so gut wie möglich eine schöne Fabrik. Na, die Forschung läuft ja jetzt schon mal. Die Sachen können wir runternehmen. Umher mit dem Zeug. So, das auch. Wir sind ja fälschlicherweise da drauf. Jetzt gucken wir mal, was wir mit dem, was wir jetzt schon angefangen haben. Was wir daraus machen können. Ganz umsonst ist es ja auch nicht. Die Forschung läuft auf jeden Fall schön durch. Wir können, wir können. Ach ja, wir können Kohle jetzt in Graffit umwandeln. Ob ich das richtig gelesen habe. So, jetzt habe ich anscheinend ganz viel, ganz viel Kohle genommen. Wurde ich gar nicht. Aber ich muss mal den Mac, muss ich mal aufladen. So. Dann können wir, ja hier, können wir Graffit herstellen. Das machen wir jetzt nicht im Mech. Wir können Silikon herstellen. Aber wir können Stahl herstellen. Was brauchen wir für Stahl? Nur Eisen? Sonst nichts? Nur Eisen. Okay. Ich dachte, man braucht irgendwie Kohle oder so. Aber gut. Braucht man halt nur Eisen. Das heißt, wir nehmen uns hier Eisen. Machen quasi die Eisenbahn. Ja, wir machen hier, was machen wir hier? Ach so, das muss man schmelzen, das Eisen. Das ist ja cool. Wo haben wir denn das Eisen? Da kommt das Eisen. Das heißt, wenn ich mir hier eine Schmelze baue, hier so. Jetzt hier die Arme rübernehme. Dann habe ich da genau keinen Strom. Keinen Strom, kein Strom. Am Windkraftwerk, okay. Dann nehmen wir einen Tesla Tower. So, und hier stellen wir einen Stall. Das soll dann hier wieder rausgehen. Oh, ich habe keine Arme mehr. Das habe ich auch schon lange nicht mehr. Die können wir gar nicht bauen. Oh, brauche ich Motoren für. Oh, oh, da müssen wir unbedingt Motoren bauen. Tipps nehmen wir einfach mal hier raus. Ach hier, jetzt schattet es an den Ringen. Ja, weil die zu wenig installiert, zu wenig produziert werden. Ist klar. Schattet es jetzt auch gleich am Eisen. Ja, das scheitert, das scheitert sowas von. Am liebsten würde ich alles abreißen, aber es produziert erst so schön. Hocheffizienz, was auch immer. Was können wir denn noch erforschen? Hier, ah ja, hier, aufschütten, ganz wichtig. Solarenergie, auch wichtig. Wird ja bei der Dysons 4 dann auch großes Thema sein, Solarenergie. Planetensystem, ne, Planetensystem brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir, können wir noch nicht, können wir noch nicht, das können wir bald. Das hier, schneller aufladen. Graphen haben wir, ah, Graphit haben wir eher gleich. Können wir auch noch nicht. Okay. Ja gut. Das ist ja blöd, dass der jetzt mit dem ganzen Eisen wegzutzelt. dann geht auch die Forschung nicht weg, nicht weiter. Das müssen wir anders machen. Das müssen wir anders machen. Wir müssen, wir müssen. Ja, was müssen wir denn? Wir brauchen einfach mehr Schmelzen, die Eisen machen, ne? So einfach ist es. Wäre halt angenehm, wenn wir da hier schon bauen könnten. Aber jetzt fürs Erste, was denn das für ein Ding? Das Erste können wir, ja, hier mal herbauen. Und dann ein Band. Aufs Eisen raus. Und dann machen wir Eisenbahnen gleich. So. Ne, also wenn ich den ein bisschen verschieben würde, würde es halt so viel erleichtern. Weil dann könnten wir nämlich, könnten wir, wir könnten hier noch eine Schmelze bauen. Noch eine Schmelze. könnten wir bauen, wenn wir Eisen hätten. Eisen, Eisen, Eisen. Brauche ich denn da von dem Zeug? Vier Stück. Vier Stück Eisen. Bitte sehr. Ähm, hier. Nein, da ist zu viel Wasser. Das ist verdammte Wasser. Vor allem hier wäre auch Eisen drin gewesen. Mann. 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 Die Forschung dauert noch so lang. Ach, noch 340 Blöcke. Hier, da nimmt man ja auch so viel Eisen weg. Da, das, das Ding jetzt brauchen wir hier nicht. Weg. Kommst hier hin und du kommst weg. So. Und hier kommt jetzt die Schmerze hin. Ja. Perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Hier rein. Und hier raus. Und Eisen. Eisen, Eisen. Läuft. Er hat auch gelacht. Wenn wir das nicht abdecken würden. Das bisschen Eisen, das hier gebraucht wird. Das wäre auch sehr intelligent, wenn ich das gemacht hätte. T好好. Oh ja, am właściwie? Heldant uno ist 다. Und dicht? Bist lesen. Vamos an?